Heimisch Macbeth und das tote Flittchen von MC Beaton. Es liest Philipp Scheppmann. Wo die Highlands ländlich grün, rosig der alten Männer Wangen glühen und der holden jungen Maid ruhiger Blick auf Heide weilt. Robert Louis Stevenson Du solltest eigentlich wissen, dass man sich in den Highlands zum Dinner gut anzieht. Maggie Baird rückte auf dem Fahrersitz hin und her und ließ schaurig die Kupplung kreischen. Neben ihr, auf dem Beifahrersitz des klapprigen Renault 5, saß ihre unglücklich schweigende Nichte Alison Kerr. Ihre Tante Maggie hatte sich bereits endlos über Alisons schäbigen Aufzug ausgelassen, bevor sie aus dem Haus gegangen waren. Alisons hatte versucht, ihr zu erklären, dass sie sich das Haar gewaschen und möglicherweise sogar ein neues Kleid gekauft hätte, wäre ihr früher von der Dinner-Einladung nach Tommelkassel erzählt worden. Nun war ihr schwarzes Haar schlaff und strähnig und sie trug einen schlichten blauen Rock zu einer weißen Bluse. Während Maggie Baird ihren Wagen gen Tommelkassel trieb, wobei sie ohne ersichtlichen Grund die Gangschaltung malträtierte und immer wieder auf die Bremse stampfte, hockte Alison stumm da und grübelte über ihr Pech nach. Dabei schien sich neue Hoffnung in ihrem Leben aufzutun, als Maggie Baird, die Schwester ihrer Mutter, in dem Krankenhaus in Bristol aufgetaucht war, wo Alisons sich von ihrem Lungenkrebs erholt hatte. Alisons Eltern waren beide tot und zu Lebzeiten hatten sie kaum über diese Verwandte gesprochen, außer »Wir reden nicht über sie, Liebes, und wollen nichts mit ihr zu schaffen haben.« Als sie glaubte, sterben zu müssen, hatte Alison dann doch an Maggie geschrieben. Schließlich war sie, allem Anschein nach, ihrer einzige noch lebende Verwandte, und es musste zumindest jemand Alisons Beerdigung arrangieren. Daraufhin war Maggie in den Aufenthaltsraum für Patienten gerauscht gekommen, hatte eine Menge mütterliche Wärme ausgestrahlt und verkündet, Alison mit in ihr neues Heim in den Highlands zu nehmen, wo sie in Ruhe genesen könnte. So wurde Alison in Maggies großzügigen Bungalow mit Meerblick in den Hügeln außerhalb des Dorfes Loch Du in Saverland verfrachtet, das im äußersten Norden Schottlands lag. In Wahrheit war der sogenannte Bungalow ein eineinhalbgeschossiges Gebäude. Die erste Woche war angenehm gewesen. Das Haus war mit unzähligen dicken Teppichen ausgelegt, überheizt und mit zu vielen Möbeln vollgestellt, doch es gab eine fleißige Haushälterin, in früheren Zeiten hätte man wohl von einem Mädchen für alles gesprochen, die täglich aus dem Dorf heraufkam, um zu putzen und zu kochen. Diese Perle hieß Mrs. Todd, und obwohl Alison 31 Jahre alt war, behandelte Mrs. Todd sie wie ein kleines Mädchen und backte ihr besondere Kuchen zum Nachmittagstee. In der zweiten Woche wollte Alison nur noch fliehen. Maggie war häufig zum Einkaufen im Dorf, nahm sie jedoch nie mit. Ihre mütterliche Wärme war vollständig verflogen und einer nörgelnden Gehässigkeit gewichen. Alison, die sich, knapp dem Tod entronnen, noch schwach, benommen und wehrlos fühlte, konnte sich nicht gegen ihre Tante behaupten, und ertrug die zunehmenden Kränkungen finster schweigend. Dann kam die Dinnereinladung der Halberton Smythes, hiesiger Grundbesitzer, die jenseits des Dorfes auf Tommelkassel lebten, und Maggie hatte Alison erst in allerletzter Minute davon erzählt. Daher das strähnige Haar und die schlichte Kleidung. Maggie brachte die Kupplung abermals zum Kreischen, als sie den steilen Hügel hinauffuhren. Alison verzog das Gesicht. So ging man nicht mit einem Auto um. Könnte sie doch selbst fahren. Oh, hinauf und über die Berge zu flitzen, frei zu sein, anstatt eingekerkert in Maggies überheiztem Bungalow. Natürlich hätte Alison einfach weggehen und sich irgendwo einen Job suchen können, aber die Ärzte hatten ihr empfohlen, es noch mindestens ein halbes Jahr ruhig anzugehen, und irgendwie fühlte sie sich zu kraftlos, um auch nur eine Flucht vor Maggie zu versuchen. Sie hatte panische Angst, dass der Krebs zurückkam. Es war ja schön und gut, wenn andere behaupteten, eine Krebserkrankung müsse heutzutage nicht mehr tödlich sein. Alison war ein kleiner Teil der Lunge entfernt worden, und dessen war sie sich entsetzlich bewusst. Sie stellte sich ein großes Loch in ihrer Brust vor. Täglich sehnte sie sich nach einer Zigarette und weigerte sich aufzuglauben, dass zwei Packungen, die sie früher pro Tag geraucht hatte, zu ihrer Krankheit beigetragen hatten. Maggie lenkte den kleinen roten Wagen zwischen zwei mächtigen Torpfosten hindurch und eine gepflegte Einfahrt hinauf. Alison wappnete sich. Wie würden diese Leute wohl sein? Priscilla Halberton-Smythe schob das Essen auf ihrem Teller hin und her und wünschte, der Abend wäre vorbei. Sie mochte Maggie Baird nicht, die in ihrem riesigen, grüngoldenen Kaftan dasaß und genüsslich speiste. Sie sprach mit vornehm näselnder Stimme, als sie sich mit Colonel Halberton-Smythe über die Frevelhaftigkeit von Wilderern unterhielt. Einzig Alison wusste um Maggies Talent, sich zu allen erdenklichen Themen wissend zu äußern, selbst wenn sie sich so gut wie gar nicht auskannte. Ich verstehe das nicht, dachte Priscilla. Maggie Baird ist eine große, fettleibige Frau und richtig gemein zu ihrer verhuschten Nichte. Trotzdem gibt mein Vater sich galant wie ein mittelalterlicher Ritter. Er scheint ganz hingerissen von Maggie zu sein. Priscilla sah wieder zu Alison. Alison Kerr war ein dünnes Mädchen. Nun ja, womöglich war sie schon in den Dreißigern, dennoch fiel es schwer, solch ein zierliches Ding als Frau zu sehen. Sie trug eine dicke Hornbrille und ihr schwarzes Haar bedeckte einen Großteil ihres Gesichts. Sie hatte sehr reine Haut, die so blass war, dass sie beinahe durchsichtig wirkte. Priscilla lächelte ihr zu, worauf Alison stirnrunzelnd auf ihren Teller starrte. Priscilla verkörperte alles, was Alison verachtete. Sie war auf kühle, selbstsichere Art schön, mit schimmerndem, blassgoldenem Haar, das sie sehr schlicht frisiert trug. Ihr rotes Seidenkleid musste ein Vermögen gekostet haben. Sie war charmant und wirkte amüsiert. Ich wäre auch charmant und amüsiert, würde ich mit liebevollen Eltern auf einer Burg leben, dachte Alison bitter. Ich weiß, was dieses Lächeln heißen soll. Sie hat Mitleid mit mir, die blöde Kuh. Sie werden feststellen, dass Sie in den Highlands viel Auto fahren müssen, Mrs. Baird, sagte der Colonel gerade. Maggie seufzte und sah ihn mit einem kecken Augenzwinkern an. Wie wahr, ich rausche die Dorfstraße rauf und runter wie der Slip eines Flittchens. Für einen Moment verstummten alle. Mrs. Halberton-Smythe öffnete den Mund und schloss ihn gleich wieder. Dann lachte der Colonel nachsichtig. Es ist eben nicht London, sagte er. Hier finden Sie nicht an jedem Feldrand einen asiatischen Supermarkt. Ich empfehle Ihnen, Einkaufslisten zu führen. Man kann durchaus alle Lebensmittel für eine Woche auf Vorrat kaufen. Aber erledigt denn Ihre Haushälterin nicht die Einkäufe? Das mache ich lieber selbst, antwortete Maggie, die wieder in die Rolle der Landadligen zurückfiel. Ich lege Wert darauf, von allem das Beste zu bekommen, auch wenn die Auswahl in Loch Du ziemlich begrenzt ist. Ich glaube, die Einheimischen ernähren sich nur von Fischstäbchen. Sie sollten nach Inverness fahren und sich dort mit Vorräten eindecken, schlug Mrs. Halberton-Smythe vor. Da gibt es jetzt alles. Die Stadt ist schon seit einer Weile im Aufwind und wird praktisch mit jedem Tag größer. Ich erinnere mich noch an Zeiten, in denen es ein verschlafener Ort war und die Bewohner, die Highland-Rinder, durch die Hauptstraße zum Markt trieben. Heute sieht man nichts als Autos, Autos, Autos. Und die Verbrechensrate steigt, ergänzte der Colonel. Was sich diese Idioten in Strathbane dabei gedacht haben, uns hier draußen den einzigen Polizisten wegzunehmen, ist mir ein Rätsel. Hamish? fragte Priscilla. Das habt ihr mir gar nicht erzählt. Sie lächelte alles hinzu. Ich bin erst gestern Abend angekommen und bei den neuesten Dorfnachrichten noch nicht auf dem Laufenden. Hamish ist weg? Wohin? Sie haben die Polizeistationen geschlossen und den faulen Hund nach Strathbane versetzt, antwortete ihr Vater. Witzig. Ich hätte nie gedacht, dass Macbeth tatsächlich auch nur einen Finger rührt. Aber jetzt ist er weg und jemand fischt mit einem Netz die Lachse aus dem Fluss. Wenigstens hätte Macbeth gewusst, wie man dem ein Ende setzt, obwohl er nie jemanden verhaftet hat. Aber das ist furchtbar, rief Priscilla aus. Hamish, fort! Das ist ein schrecklicher Verlust für das Dorf. Tja, natürlich denkst du das, sagte ihr Vater spitz. Priscillas kühle Haltung schien sich zu verändern. Oh, oh, dachte Alison. Ich frage mich, ob die Tochter des Burgherren in den abwesenden Dorfpolizisten verliebt ist. Ich frage mich, ich frage mich, Vielen Dank.